Hallo und Willkommen zurück zu meinen Let's Plays. Meine Damen und Herren, wir werden auch jetzt gleich sofort weitermachen. Und bevor ich hier weitermache, ist mir aufgefallen, als ich meinen Let's Plays angesehen habe, dass es im Hintergrund ein bisschen rauscht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist nur bei Flatout 2 so, wenn ich irgendwas aufnehme. Bei anderen Spielen ist es nicht so. Und als ich hier diesen Splitter gekauft habe, den Wagen, den wir jetzt hier haben, ist mir aufgefallen, dass ich keine Erkehrung ausgewählt habe. Aber gut, jetzt haben wir ihn. Den hätte ich auch noch in Schwarz und in Schönen Grau, beziehungsweise auch Weiß kaufen können. Aber gut, was soll's. Ihn werden wir eh einmal kaputt fahren. So, was haben wir denn aufgehört hier? Ja, Bowling Dritter. Ich glaube, wir machen aber erstmal hier weiter, bei dem Metal Smash Derby Cup. Okay, dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Und jo. Farmlands 2. Vier Runden. Okay. Dann lass mal jucken. Hahaha. Ähm, ja. Dauert aber lange zum Laden so. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie kommt mir das vor, als wäre das sonst nochmal schneller. Aber. Okay. Äh, ah. Ne, jetzt halt hier rüber. Ah. Oh. 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 von hier nach rechts. Ach du Scheiße. Oh, da kommen auch schon die anderen wieder. Jo. Aber... Ja. Keine Ahnung. Hm, hm, hm. Okay. Ich weiß nicht, ob wir uns gleich sofort absetzen sollen und die ganze Zeit weiterfahren, so. Oder ob wir uns ein bisschen zurücklassen fallen sollen oder jetzt einfach mal krachen lassen. Ach. Komm, gehen wir mal die zweite Variante. Ach du Scheiße. Das war jetzt sowieso unbeabsichtigt. Okay. Dann lassen wir es jetzt mal weiter krachen. Uh, was war das? Das war ja mal was. Ey, ich kann mal gewusst, was da stand. So, das nächste Mal fahren wir auch da lang. Also, diese Runde. Okay. King war jetzt mal schön weg hier. Jo. Oh. Jo. Schöne Leip, danke. Oh, da wird sie nochmal erwischt. Jo. Das ist ja... ...hart, hart. Okay. Okay. Okay, alles gleich. Fangen wir jetzt auch mal hier lang. Oh, was ist das denn? Ja, da haben wir uns überschlagen. Oh, neuer Raumrekord. Immerhin. So, hier. Ah. Bin mir nicht sicher, aber kann sein, dass es ein Flugzeug gewesen ist. Hm. So ein Flugzeug hatten wir ja schon mal gehabt auf einer Strecke. So ein gelbes. Und weg mit dir. Ach, du Scheiße. Jetzt bin ich da selber reingeknallt. Das war jetzt... ...bisschen blöd. Juhu. Ah, Position 6. Insoweit wollten wir uns nicht zurückfallen lassen. Oh. Ich weiß nicht, ob da kommt jemand in den Schleudern. Äh. Ich wollte die doch ran. Na, egal. Aber wer ist denn erster? Oh. Sophia Martinez. Oh. Komm. Mach dich vom Acker hier. Däh. Juhu. Wo ist denn die Sophia? Ich will sie doch noch reinholen. Ach, da vorne. Ich sehe sie. Okay, wir müssen mal jetzt mal gut fahren. Oh Gott. Ich müsste mal wieder die Controller ein bisschen einstellen. Das ist mir ein bisschen zu... ...keine Ahnung. Zu schwammig. Oh. Na, warte. Ich kriege ihn noch. Nein, doch nicht anschieben. Oh, fuck. Nein. Oh. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ach, egal. Können wir trotzdem noch die Meisterschaft gewinnen. Jo. Fahren wir auch noch mal rein. Nein. Wir haben nicht hier schon jetzt eine Runde. Jason Walker ist auf dem letzten Platz. Na, das ist mal was ganz Neues. 1300. Ja, immerhin bester Schrotter. Okay. Wollen wir weiter düdeln. Timberlands 2. Weiß nicht. Kennen wir die Strecke schon? Ich glaube nicht. Bremsdaten. Bremsdaten. Äh. Die sind gleich da vorne. Wie da vorne. Jo. Schön gedreht. Und schön gedreht. Puh. Yeah. Oh. Was geht denn hier? Ja, diesen Abschnitt den Kanten braucht schon. Da ging es dann nur nach links. Jo. Schön vorm Baum. Hm. Will er... Ne. Niemals fahr ich da dann. Niemals. Aber ich versuche es gleich trotzdem mal. Oh Gott. Ich bin so weit nach draußen. Aber es ging noch gut. Oh. Es war ganz knapp mein Baum vorbei. Okay. Jetzt werden wir nochmal da lang fahren. Wo... Hier. Genau. Jack Menden lang gefahren ist. Oh. Oh. Ich wusste doch, dass es nicht gut geht. Ne. Komm. Hier wieder fahre ich da lang. Mein Gott. Hier fliegen sich nicht durch die Gegend. Fünf. Neue Rundenrekord. Uh. Oh. Nein. Ja. Klar. Dann kann man ja sehen, ob man... Ähm. Die Schrecke schon gefahren ist oder nicht. Wenn man die erste Runde gleich einen neuen Rundenrekord hat. Dann. Ja. Dann müsste man... Ja. ...die Schrecke noch nicht gefahren sein. Und so war es ja auch in diesem Fall. Boah. Was liegt hier eigentlich rum? Neuer Rundenrekord. Mal wieder. Er ist im Fiespunkt verbessert. Jetzt nochmal um zwei dazu. Boah. Boah. Akku. Oh Mann. Die müssen wir jetzt aber noch kriegen hier. Sonst wird das nix. Sonst wird das nix. Wenn ich mal über die Rampe gesprungen hätte. Die müssen den Lachgas. Oh. Da fliege ich auch noch so ein Blöde. Ja. Ja. Ah. Lachgas. Woo. Komm. Die müssen wir jetzt aber noch hier. Schön. Hauen hier. Ja. Uh. So wären wir doch noch Erster. Somit stießen wir punktgleich auf mit Sophia Martinez. Das heißt. Punktgleich. Genau. Ja. Kommt da noch jemand oder was? Boah. Ich stehe ja immer noch für Ideallinie. Okay. Nur gebüdelt. Okay. Nur 300. Einmal hin. Etwas. Oh. Da haben wir nicht viel abgesahnt. Na gut. Letztes Rennen entscheidet. My West Ranch. Rennen starten. Jo. Hm. Feldrennen. Okay. Tschüss. Oh. Ich kann es aber gut tun. Oh. Ach du Scheiße. Ging hier auch nochmal. Die Krake eben so gut. Na den Kicken wir mal jetzt mal hier weg. Juhu. Oh. Ja das war aber jetzt ein bisschen. Ja. Jetzt haben wir zwei Plätze, drei Plätze wieder verloren. Durch diese Aktion. Na gut. Er macht sich eh vom Acker. Was war das? Ach so. Ach so. Das war der, der ins Wasser gefahren ist. Der hat sich zurückgesetzt und ist dann auch nicht drauf. Ah. Ich verstehe. Ach du Scheiße. Oh ne Rampel. Und. Boah. Ich hätte Motorradfahrer werden sollen. So schön auf zwei Reifen. Neuer Rundrecht. Ja. Die Strecke ist aber auch nicht gefahren. Ich kann nicht singen. Oh. Das grenzt alles nur ab. So ne Scheiße. Oh. Man kann hier nichts rüberfliegen. Vielleicht sollte ich das mal riskieren aus Jux. Aus Jux und Toleranz. Oh. Oh. Da füllen wir jetzt mal. Zaun mach dich weg. Oh. Hier ist ja auch so ne. Oh. Ich dachte jetzt. Ich knall da rechts in die Wand rein. Motorhau ist jetzt auch weg. Okay. Oh. So. Genau. Hier wollen wir jetzt mal. Hier schön rüber. Uhu. Oh. Ja. Besser als nur die ganze Zeit geradeaus zu fahren. Weil dann weiß ich auch nicht wirklich was ich dann erzählen soll. Weil dann nichts passiert. Oh. Scheiß Hütchen. Mach dich weg da. Oh. Schön. Ah. Man kann da auch rechts lang. Ah ja. Stimmt. Bin ich ja vorher mit zwei Reifen lang gefahren. Also nicht. Ich meine jetzt nicht das ganz rechts. Wo ich runter da vorne gefahren bin. Nur ich meine jetzt nur rechts in den Nampel. Äh. Äh. Nampel. Rechts neben der Rampe wo ich gerade war. Mit der ich gerade mit lang gefahren bin. Okay. Wow. Abgehoben. Aber sowas gibt immer zwischendurch mal Nito. No work. So stand es da auf dem Schild. Gut. Gut. Gut lesbar. Ja. Jetzt gibt es hier sowieso ab dem Rennen jetzt wieder hier Straßen arbeiten. Es gibt ja immer Leute die einfach mal eben hier alles kaputt machen. Aber ich natürlich nicht. Nein. Oh nein. Oh. Glück gehabt ey. Ich dachte jetzt wir vergeigen unseren Sieg hier. Das wäre jetzt die Härte gewesen. Oh. Ein Dreck auf den Kopf. Neuer Rundenrekord. Uh. Jo. Und. Ah. Nicht die schnellste Runde. Katie Jackson hat die schnellste Runde. Ah. Bulldozer. Immerhin. Ah. Gewonnene Meisterschaft. Fuck yeah. Ja. Okay. Da gibt es nochmal nochmal Kohle dazu. Oh ja. Derby Bowl 1. Sie haben ein neues Event freigeschaltet. Ich glaube das fahren wir mal. Aber vorher gucken wir mal welcher Wagen mehr aussieht. Kraft 7,8. 8,1. Ja dann hält der natürlich aus. Dann behalten wir den auch. Zum Rennen. Ach ja. Genau. Natürlich muss man dann da klicken. Ähm. Derby Bowl 1. Lassen wir es krachen. Äh. Okay. Sieht auch geil aus hier. Oh ja. Ich nehm ihn gleich wieder als Gegner. Und ach du Scheiße. Ja. Leckst mir am Arsch. Äh. Ja. Komm. Mach mich einfach wieder mal nieder. Sowas kenn ich doch schon. Ja. Was ist denn los hier? Ich will mich zurück jetzt in den Einten nicht. Oh. Jo. Das habe ich erwartet. Kommen gleich wieder auf mich zu. Ja. Hier. Juhu. Dann bin ich zweiter. Oh. Nein. Oh. Mann. Ansonsten die Tauvergeude. Ja. Oh. Äh. Nochmal hi. Mann. Das ist nicht gerade berauschend. Yo. Das ist aber schön geflogen. Oh. Nicht erst ja. Was ist denn los? Was mache ich denn? So eine geile Möglichkeit. Und dann vergeute ich es auch noch. Oh. Die ist ja schon fast kaputt. Nein. Oh. Ich hatte. Ich habe noch keinen Schaden. Bis auf jetzt gerade den riesen Stoß. Das ist ja geil. Da freuen wir uns doch. Oh. Sophia Martinez ist Schrott. Jo. Und. Die geht gleich auch Schrott. Nein. Nein. Jetzt seh ich auch noch auf dem Kopf. Das ist ganz übel. Das ist ganz übel. Oh. Jetzt wird nicht wirklich was passiert. Juhu. Juhu. Ich bin erster. Und der hier ist zweiter. Ja. Äh. Weck da. Äh. Oh. Okay. Ja. Erwischt. Oh. Da flog was. Beziehungsweise. Das war es explodiert. Ja. Nein. Das weiß ich immer so. Wenn man auf dem Kopf liegt. Das ist gerade das Blöde. Oh. Ja. Kaputt machen. Kaputt machen. Und. Was ist denn das? Ich fahre voll in ihn rein. Ja. Jetzt macht er ihn kaputt. Mein Gott. Die Punkte hätte ich gut gebraucht. Ja. Jetzt macht Frank. Oh. Siehst du. Jetzt ist Frank Melko erster. Schön hingekriegt. Ja. Hm. Wo ist denn hier die Handbremse? Das ist die Handbremse. Äh. Ja. Gut. Mit dem wollte ich mich sowieso nicht unbedingt wirklich anlegen. Das hätte mir zu weh getan. Oh. Ja. Leute. So geht es nicht. Weiter. Nein. Mann. Oh. Wieso hat er immer so ein Glück? Dieser Blöde. Schnell weg. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Damit er uns nicht hier. Ach du Scheiße. Das kann ich jetzt aber überhaupt nicht leiden. Ich glaube da fahren wir mal eben hier so schnell an einem Wrack vorbei. So irgendwie hier so. Ah nein. Oh. 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 Okay. Wir haben uns jetzt auch nix. Oh Gott. Das geht doch so nicht gut. Wieso haben wir den jetzt? Äh. Ja. Komm. Hier. Jetzt. Jetzt eher der Gejagte. Oh. Das gibt es doch nicht. Ich würde mich verarschen. Oh. Ich würde mich verarschen. Ja. Oh. Wieso trickst du nämlich so aus? Das kann ja noch lange weitergehen so. Uh. Vielleicht besiege ich ihn ja noch. Oh. Was? Wieso das denn? Ich habe nur den Rückwärtsgang eingelegt. Oh. Ach gut. Gucken wir jetzt seinen Punkt da an. Er hätte ich wahrscheinlich eh nicht mehr bekommen. Lassen wir es erstmal dabei. Was noch schlimmer wird beim Neustart. Ja. Einmalhin Geld gekriegt hier. Okay. Zum Rennen. Dann machen wir mal weiter mit. Achso. Da ist er schon. Ja. Äh. In Tarap Derby Cup. Wie sieht mir noch? Straße. Straßenrennen aus. Okay. City Central. Mhm. Da wird wohl anscheinend ganz schön gebaut. Ein Starten. Ach. Können wir pushen da vorne? Äh. Oh. Autobahnauffahrt. Jo. Trägt mich erstmal in die Wand. Jetzt nimmst du mir die ganze Geschwindigkeit. Tu. Sack. Oh Gott. Oh. Oh. Ein Kofferhaus. Oh Gott. Wer denkt sich solche Strecken aus? Nein. Die wollte ich eigentlich jetzt voll erwischen. Aber das ging wohl anscheinend voll in die Hose. Ich weiß, wo 2 Meter daneben. Ich hoffe, dass er keine gesehen hat. Oh. Was macht der denn da? Nein. Klatsch. Hm. 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 Oh. Oh. Ganz knapp. Meine Wand vorbei. Nein. Ah. Wir wollen da so blöd Treppen hin. Treppen, die aus der Wand hinaus tragen. Mitten auf dem Radweg drauf. Oh. Oder für's keinen Weg. Meine Ahnung. Auf diese Idee kommen nur... ...Brüder Architekten. Oh Gott. Oh, scheiße. Ja, ich konnte gerade nicht lenken, weil ich hatte hier so eine lose Wimper am Auge. Das hat mich ein bisschen gestört, wenn ich gerade den gemacht. Oh. Aber dafür können wir jetzt das machen. Das wäre so wahrscheinlich sonst nicht passiert, wenn wir da nicht so viel Tempo verloren hätten. Ja, manchmal sowas Vorteile. Und weg. Pumps. Oh. 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 Vielen Dank.